Ich bin queer, lesbisch, schwul, bisexuell. Ich musste mich Gott sei Dank nicht zwischen Kirche und meinem Freund entscheiden. Dank auch der Rückendeckung der Bistumsleitung konnte ich mich im Dezember verloben und muss keine Konsequenzen befürchten. Auf der anderen Seite hat sich an manchen Stellen gar nichts verändert, weil da erlebe ich nach wie vor auch dröhnendes Schweigen. Bis zum nächsten Mal.